20 Julia Roberts. Wie du das fand, ne? Oh, das darf ich nicht sagen. Willst du anfangen, oder? Ja, sicher. Man sieht die Logos, ja. Das ist super. Ja, Bayern. Ja, eins. Okay, wir gehen von uns ab. Dortmund. Wir. Leipzig. Union. Scheiße. Freiburg. Köln. Sag mal. Elf ist ja genau gleich. Ja. Hat Eintracht angeschaut? Ich sage neun. Hoffenheim. Torekse. 18, Greuther Fürth. 17, Bielefeld. 16, Hertha. 15, Stuttgart. 14, Augsburg. 13, Bochum. 12, Augsburg. 12, Augsburg. Wie viel hat er zu sein? 12, Augsburg. 12, Augsburg. Scheiße. Wie viel Zeit habe ich? Ich habe. 10, Gladbach. Keine. Was hatten wir jetzt alles schon? 8 hatten wir noch nicht. 8, 11. Ja, ich sage acht. Neins. War richtig? Ja. Okay. Scheiße, gut. Hast du schon fast angefangen? Ja. Oh, scheiße. Fange ich jetzt wieder an oder fände ich jetzt mal Lucky an? Ja, eigentlich geht es genau weiter. Ja, genau. Dann bin ich dran. Hoffentlich heißen die nicht was anderes auf Deutsch. Fünf, Hulk. Sieben, Captain America. Eins, Thor. Drei, Iron Man. Sechs, Black Widow. Jetzt weißt du nicht, wie reicht das? Einen weiß ich noch. Dann kriegst du diese Runde. Doch, ich weiß beide. Vier ist Samuel L. Jackson. Wer weiß ich nicht. Vier ist Nick Fury. Zwei ist Hawkeye. Wie, Hawkeye? Ja. Ja. Sekunde. Ja! Ja. Ähm. 13, Manuel Neuer. 14, Courtois. 15, Alisson Becker. 16, Donnarumma. 17, Mondi. 12, Casillas. 11, Tchisch. Digi Bouffon. 9, Fabian Bates. Auricane. 8. 7, Köpke. 4, Peter Schmaikl. 1, Jean-Marie Pfaff. Oh, stark. Muss man beide Namen, Vor- und Nachnamen kennen oder jetzt? 5, diese Preuthom. Hä? Wie heißt der? Preuthom? Preuth, ich weiß nicht. Jean-Claude oder keine Ahnung. Na gut. Zwei, drei und sechs haben wir noch. Zwei und sechs haben wir gar nichts. Der dritte Kong, wir haben überhaupt keinen Fall. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Chirawet noch. Sechs, glaube ich. Levi Asching zwei? Nein. Okay, dann. Bitteschön. 20, Julia Roberts. Wieder nach 20. Welcher Film musst du oben hängen? Nö. Das ist für dich. Charlize Terror, Nummer eins. Gnett Patro, zwei. 22, Kate Winslet. 22, Kate Winslet. 18, Daniel Verlorenz. 10, Nick Horkin, Mann. 23, Natalie Portman. Ich will deine jetzt winken. Wer denkt denn? Was? Ähm. 5, Emma Stone. 6, Haley Berry. Elf, Reese, Witherspoon. Ähm. Verdammt. Verdammt. Warum verdammt, darf ich sagen? Verflick's nochmal. Von Vito, Satan. Ja, genau. Verdammt. Verflick's. Neun macht das, du hattest? Wie heißt der nochmal? Wie heißt der nochmal? Der ist ja sowieso schon vorbei. Ja, das spielt. Olympische Spiele, oder? Ja, genau. Bogenschießen, 32. Boxen, 31. Fechten, 30. Fußball, 29. Radfahren, 28. 22. Wie heißt das auf Deutsch jetzt? Weiß es auf Englisch? Glaube ich auch nicht. Ich springe über, sorry. Äh, 24 Gewichtherren. 25 Schwimmen. 23 Golf. 22 Handball. 21 Hockey oder Feldhockey. Ich weiß nicht, wie man das soll. 19 Ringen. 20 Fünfkampf. 17 Segeln. Ja, eins Volleyball. 3 Triathlon. 4 Tischtennis. 5 Tennis. 9 Skateboarden. 7 Basketball. 12 Badminton. 11 Rudern. 2 Turnen. 8 Klettern. Hatten wir 10 schon? Nein. Schusssport oder Schießen, oder? 12? 13 Sprint. Athletics. Lauf, Sprint, also keine Ahnung. Kommt, kommt. 11 Rudern. Das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Ja, das hatten wir schon. Ah, sorry. Sorry. 2 Klettern. Also viel haben wir davon nicht Hockey an. Was war dieses Jahr? 2? 2. Weltmeisterschaft. Also WM Pokal. 7 DfB Pokal. 10. Deutsche Meisterschaft. 5. Champions League. 5 D Champions League. Ah, das ist jetzt diese Conference League auch. Deswegen ist, glaube ich, eines müsste, glaube ich, eher Conference. Die ganzen Flaggen. Das ist, glaube ich. Weiß er nicht. Das Pfeil ist an der Kanada-Flagge. 6. Weltpokal. Perfekt. Dankeschön. Sehr gerne. Vielen Dank.